Hi, mein Name ist Silke Kalk, ich bin in der technischen Berechnung tätig und das ist die Fortsetzung meines Seminars Denk nach und konstruiere. Bis gleich. Hi, du weißt ja, dass du die Unterlagen für dieses Seminar bekommst, indem du auf Videobeschreibung meines Seminars gehst, auf den Link klickst und diese für 42 Euro kaufst. Das ist aus meiner Sicht nicht teuer, Wert eines Fachbuchs, da hast du 150 Folien über die Thematik technische Mechanik und Dynamik für Konstrukteure, wie du es anwendest, Theorie und Praxis. Wir sind noch überwiegend bei der Theorie, obwohl ich die Praxis immer wieder anspreche. Und ab jetzt dann hat der Vorteil für diejenigen, die es nicht gekauft haben, aufgehört. Ich spreche nur noch über die Folien, aber wir haben da die Folien sehe ich vor mir, du siehst du die, wenn du die gekauft hast. Viel Spaß. Also Folie Nummer 38, Knicken Grundlagen. Das ist ja sehr oft so, dass wir nicht immer nur statisch irgendwie Streckgrenzen bestimmen müssen, sonstiges. Manchmal knickt das Bauteil und manchmal ist das Bauteil überbelastet, obwohl es eigentlich für uns nicht belastet, nicht so hoch belastet war. Und das kennen wir. Knicken und Beulen, du hast irgendetwas und dann knickt das aus. Knicken erklärt man viel lieber theoretisch, weil es theoretisch nachvollziehbarer ist, einfacher ist zu verstehen. Beulen existiert genauso, nur das kannst du in der Regel simulationsmäßig oder experimentell bestimmen. Das ist schwieriger, das einfach auf einem weißen Blatt Papier zu berechnen. Acht, Folie 39. Du hast irgendein System und dieses System da ist im Balken und da greift eine Kraft an. Und diese Kraft, die da angreift, die greift etwas außer mittig an. Die meisten stellen sich das so vor, dass du einen Balken hast und die Kraft, die greift irgendwie unter dem Balken an. Und das muss nicht sein. Außerzentrisch, also diese Exzentrizität, die da gemeint ist, die ist unter dem Flächenschwerpunkt gemeint. Das heißt, du greift vielleicht immer noch auf den Balken an mit der Kraft, aber du bist außerhalb des Schwerpunkts des Balkens. Und wenn du dann dir anschaust, was dann im Balken sich tut, da tut sich folgendes, du hast ja ein kleines Moment. Dieses kleine Moment erzeugt eine kleine Verformung. Diese kleine Verformung erzeugt noch ein bisschen mehr Moment. Dieses noch ein bisschen mehr Moment war aufgrund des größeren Hebels, erzeugt noch ein bisschen mehr Verformung. Irgendwo fängt sich das Bauteil aber, weil es stark genug ist und bei irgendeiner Verformung hört das auf. Die maximale Kraft drückt drauf, erzeugt ihr Hebel. Das Bauteil ist verformt. Das Bauteil ist im Gleichgewicht. Wenn du aber das Ganze dir weiterdenkst, also das Ganze war Folie 40 nochmal mathematisch erklärt, jetzt gehen wir auf Folie 41. Wenn du dir das Ganze weiter vorstellst und sagst, was passiert, wenn mein Bauteil komplett wirklich mit großem Hebelabstand außermittig angegriffen wird. Ja klar, dann verformt er sich ja mehr. Und dann kannst du das ausrechnen. Mehr Kraft, mehr Verformung. Mehr Kraft, mehr Verformung. Mehr Kraft, mehr Verformung. Du siehst da eine Darstellung. Auf der einen Achse hast du bei der Seite 41 die maximale Verformung deines Balkens und bei der anderen Stelle siehst du die Kraft, mit der du angreifst. Und diese flachen Linien, die da dargestellt sind, das sind diese Linien mit riesen Abstand. Aber um wie kleiner der Abstand wird, diese Exzentrizität, umso weniger hast du zwar Verformung am Anfang bei kleinerer Kraft, aber trotzdem irgendwann mal hast du eine bestimmte Kraft erreicht, wo das Ganze verformungsmäßig aus außer Rand und Band fällt. Und diese Kraft, das ist die sogenannte Knickkraft, wo du schon bei minimalen Exzentrizitäten, wenn du diese Knickkraft erreicht hast, dann erscheint es einem komisch. Bis dahin gab es kaum eine Verformung, kaum, auf einmal riesige Verformung. Und das ist dieses Knicken, das nicht-lineare Verhalten. Das ist, wenn man das mathematisch, kann man bestimmt herleiten, dann bekommst du diese Gleichung, Euler-Gleichung. Du hast diese Euler-Gleichung, das ist Pi Quadrat mal E-Modul mal Flächenträgheit. Man nimmt immer die kleinere Flächenträgheit, weil wenn du irgendetwas drückst, das knickt immer in die Richtung aus. Wir sind jetzt bei der Folie 42. Es knickt immer in die Richtung aus, um in die es leichter ist, auszuknicken. So, jetzt gibt es natürlich vier Fälle. Das Ganze teilst du ja durch charakteristische Länge und die charakteristische Länge, die unterscheidet sich vom Fall zu Fall. Es gibt vier Fälle insgesamt. Manchmal sind das Mischfälle, manchmal und, und, und. Also, es ist wirklich nur, um theoretisch das Ganze zu verstehen, man kann grob auch mal was nachrechnen. Und du solltest immer einen Sicherheitsfaktor einbeziehen, weil du willst ja niemals an der, an dieser Grenze sich befinden. Du willst immer noch einen Sicherheitsfaktor haben. Ich habe in diesem Fall Sicherheitsfaktor von 2 eingebaut. Folie 43. Du hast eine andere Darstellung. Die meisten machen das so, dass sie sagen, ich brauche einen Schlankheitsgrad. Und Schlankheitsgrad setzt sich zusammen aus Fläche, Flächenträgheit und Länge, das sind Bauteils. Und ich bestimme dann, ob mein Bauteil noch auf der Euler-Linie ist oder auf der Tettmaier-Geraden ist oder auf der Streckgrenze ist. Was bedeutet das? Tettmaier-Gerade, Tettmaier-Gerade oder Streckgrenze, das sind die Bereiche, wo die Berechnung nach Euler viel zu hohe Kraft ergeben würde. Das heißt, wenn ein Bauteil kurz genug ist oder dick genug ist, dann wirst du nach Euler unglaublich hohe Kräfte bekommen, die du berechnest, anscheinend die du erst erreichen musst, bis es knickt. In Wirklichkeit knickt das schon lange vorher. Und die meisten rechnen das so, indem sie sagen, ich berechne Schlankheitsgrad, dann berechne ich meine Lage auf der Linie und dann, ja, dann habe ich exakte Berechnung Tettmaier oder Streckgrenze oder Euler. Ich schlage dir noch einen anderen Weg vor, der geht auch, weil für mich ist die Differenz zwischen Tettmaier und Streckgrenze nicht mehr so groß. Da ist ja nur die Differenz zwischen 0,8 mal RE, RE ist ja die Streckgrenze, oder RE selber, das wäre dann die Streckgrenze. Und wenn du E mit Faktoren, Sicherheitsfaktoren von 2 spielst, dann würde ich sagen, tu das alles in einem Paket, Streckgrenze und Tettmaier. Ich schlage vor, dass du einfach beides berechnest. Stell dir vor, du hättest eine Aufgabe, die Aufgabe ist jetzt auf Seite Folie 44, du hast einen Balken, der ist 200 mm lang, der hat eine Querschnittsabmaße 20 x 10 mm. Und dann ist die Frage, du hast einen Sicherheitsfaktor von 2 und dann fragt man dich, wie legst du die Knickkraft aus. Ist das das Knicken nach Euler oder Tettmaier? Mach mal hier eine kurze Pause. Du hast die Aufgabe vor dir. Wir gehen übrigens von einem Stallteil aus, also E-Modul, und wir gehen von S 235 aus. Du hast die Aufgabe vor dir. Mach Pause. Rechne es durch. Ich erkläre dir gleich, wie ich es gerechnet habe. So, du hast das durchgerechnet. Folie 48. Als erstes bestimmst du die Knickkraft nach Euler. Pi Quadrat mal E-Modul vom Stall mal 20 mal 10 hoch 3 und das Ganze durch 12, das ist eine Flächenträgheit. Ich habe die kleinere Flächenträgheit genommen, weil die kleinere Flächenträgheit ist ja halt, wenn du die 10 hoch 3 stellst und nicht die 20 hoch 3 stellst. Das Teil knickt immer in die schwächere Richtung aus. Und das Gesamte dann durch kritische Länge Quadrat und mal Sicherheitsfaktor. Kritische Länge in dem Fall sind dann 400 Millimeter. Dann bekommst du eine Kraft mit Sicherheitsfaktor, mit allem Drum und Dran von 10,8 Kilo Newton. Das ist deine Knickkraft nach Euler. Dann gehen wir nochmal hin und bestimmen Knickkraft nach Tettmeier. Da gehst du einfach nur hin und sagst, deine Streckgrenze, Re, mal Fläche, also das ist 20 mal 10 und mal 0,8, das ist dein Anfangsfaktor von Tettmeier. Und das Gesamte geteilt durch Sicherheitsfaktor. Dann bekommst du eine Kraft von 18,8 Kilo Newton. Folie 47, da siehst du, wir haben einmal den Euler Bereich und Tettmeier Streckgrenze Bereich. Der Euler Bereich hat die kleinere Knickkraft und somit ist diese kleinere Knickkraft, wie soll ich sagen, die bessere, also die zutreffendere Kraft. Weil die kleinere tritt immer zuerst ein. Das heißt, wir sind im Euler Bereich. So würde ich da vorgehen, du kannst natürlich deine Vorgehensweise beibehalten. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, gib mir einen Daumen und vergiss nicht, die Unterlagen runterzuladen. Bis demnächst.